Für die Kinder zu Weihnachten Ein Gedicht von Reinhard Arsten Wann känken beicht, wann und ursten hat gläut, da bocht alle Engler mehr nicht. Blut gucken, was heuer meut, was maudig der Teilen sei, meine König, mein Blut erfle. Wenn der Weihnachtsmann backt, wenn es im Osten glüht, dann backen alle Engel nur Kuchen. Was sind sie bemüht, wie gerne würde ich das mal sehen, aber ich kann ja leider nicht fliegen. Känken dreut, so ein Gratensäge übernägt, was meilt ihr Unwes, weil doch nein Kakinje pös. Der Weihnachtsmann trägt seinen großen Sack auf dem Rücken. Mit was mag er uns wohl beglücken, doch will keine Süßigkeitentüte? Ich möchte euch was sagen, der heilige Abend ist nah, ich hab den Weihnachtsmann durch die Gärten fliegen sehen. Läht er Tannenbum nüß gien, horle abtuschongern, Känken ging benäubü ihn, wat brangte für erjongern. Lass den Tannenbaum jetzt leuchten, holt aus zum Singen, der Weihnachtsmann jängt zum Nachbarn rein, was wird er den Kindern bringen? Was ich mir vom Weihnachtsmann wünsche? Eine Tüte mit Süßigkeiten, so eine große, ein Schaukelpferd zum drauf sitzen, ein Traktor, der wirklich fährt, ein Taschenmesser, das gut schneidet, eine Korkenpistole mit einem schönen Visier, ein Schlitten zum Ziehen und Schieben, das ist genug, damit bin ich zufrieden. Aber ein Tannenbaum, der sollte doch auch dabei sein. Verdure, verdure, ich wulje salure, trochert Keuhol von der Pieseldeur, Mann, ich fing an Bums dir für, soll ich für ein Bräun, lucke dir, ich habe mir Abendreit an sein Üdneid, Mann, ich kann auch n's hier. Oh Mann, oh Mann, gestern wollte ich dann Linsen durch das Schlüsselloch der Wohnzimmertür, da bekam ich aber einen Rums für, direkt vor die Stirn, guck an, ich habe mich umgedreht und dann bin ich abgehauen, so schnell ich kann. Aber Schmerzen sind noch nicht von dannen. Schmerzen sind noch nicht von dannen.